Das war ein leichter Schritt, ein leichter Schritt, aber der Rhythmus, der muss so ein bisschen in die Knie rein, ja. Wir tanzen nochmal, dieses drüber weg und die Empfehlung war auch beim letzten Mal, dass ihr diesen Seitstück ganz klein macht. Guckt nochmal zu, man könnte ihn fast weglassen, ja, man könnte auch so tanzen, eins und zwei, drei und vier, eins und zwei, drei und vier. Also nicht so tanzen, eins, zwei, drei, vier. Das kriegt ihr mit der Zeit, mit dem Tempo nicht hin. Achtung, wir machen mal das Originaltempo mit dem Vor- und Zurück-Schritt. Achtung, die Damen beginnen mit dem linken Fuß zurück, die Herren mit dem rechten Fuß nach vorne im Originaltempo. Achtung, ein, fangen, eins und zwei, drei und vier, eins und zwei, drei und vier, eins und zwei, drei und vier. Eins und immer wickeln, immer wickeln, immer wickeln, drüber weg, drüber weg, drüber weg. Und drüber strecken, da steckst du nicht auf den Boden, du musst nicht drüber strecken. Nicht runter durch, runter durch, drüber weg, drüber weg, genau. Drüber weg, drüber weg, drüber. Der Schritt nach vorne darf ein bisschen größer sein, ja, sonst sieht man gar nicht, dass ihr tanzt. Alles Kleines, dann sieht das so aus. Der Schritt nach vorne, mal ein bisschen größer, Achtung, Schritt vor und Schritt zurück, ein bisschen größer. Den Seitwitzschritt, den kann man sich fast schenken, aber trotzdem tanzen, damit ihr im Rhythmus bleibt. Also Schritt nach vorne, Schritt zurück etwas größer, anfangen und eins und zwei, drei und vier, eins und zwei, drei und vier. Eins und zwei, da, 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 da. Und den Rücken musst du, da, 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 musst du trotzdem passen. Da, 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 eins und zwei, drei und vier. Eins und zwei, drei und vier. Eins und zwei, drei und vier. Okay, Achtung, das machen wir jetzt viermal. Weil wir das viermal gemacht haben, kommt der berühmte Samba Bischer. Achtung, wisst ihr doch, wie das sagt, der der Samba Bischer immer wieder gern getanzt. Den haben wir folgendermaßen getanzt, und zwar zur Seite. Eins und zwei, drei und vier, eins und zwei, drei und vier, eins und zwei, drei und vier. Das ist ganz einfach, da kann man sich ein bisschen ausruhen dabei. Ich will nicht durch den ersten Saal sprengen. Okay, das machen wir jetzt viermal Grundschritt, viermal den Lichler, dann wieder viermal Grundschritt und dann gehen wir Power-Eyes zusammen. Achtung, der Herr über den Rechten, dann mit dem linken Fuß. An, fangen und eins und zwei, zweites Mal, drücktes Mal, vierlettes Mal und jetzt eins und zwei, drei und vier. Eins und zwei, drei und wieder Grundschritt. Vor, zurück, vor und zurück, zurück, eins und zwei und wieder Bischer, eins und zwei, drei und vier, eins und vier. Und das dritte Mal, das vierte Mal und jetzt eins und zwei, drei und vier, eins und zwei und jetzt eins und zwei, drei und vier. Also, wenn ihr zu viel euch hier rumgedudelt habt, dann legt einen gemütlichen Wischer ein. Also, wenn ihr euch hier rumgedudelt habt, dann legt ihr euch auf den Kissen. Sokseierbewusst.